Start ist das nördliche Ende vom Meringplatz Richtung Norden die Friedrichstraße bis zum Kurt-Schumacher-Platz. Auf der linken Seite ist der Theodor-Wolf-Park. Die Friedrichstraße ist eine der bekanntesten Straßen in Berlin und erstreckt sich über mehrere Stadtteile. Die Friedrichstraße in Berlin wurde nach Friedrich dem Großen benannt, der König von Preußen und eine bedeutende Figur in der deutschen Geschichte war. Friedrich der Große trug maßgeblich zur politischen und kulturellen Entwicklung Preußens bei. Der Name Friedrichstraße wurde im Jahr 1737 offiziell eingeführt. Es ist wichtig anzumerken, dass es in verschiedenen deutschen Städten Straßen mit dem Namen Friedrichstraße gibt und sie wurden oft zu ihren verschiedener Mitglieder der königlichen Familie der Hohenzollern oder anderer wichtiger Persönlichkeiten benannt. In Berlin ist die Friedrichstraße jedoch besonders bekannt. Historisch gesehen spielte die Friedrichstraße eine wichtige Rolle während der Teilung Berlins, da sie sich unmittelbar am Grenzübergang Checkpoint Charlie befand, einem Symbol des Kalten Krieges. Auf der rechten Seite liegt der Bessel-Park mit der gleichnamigen Besselstraße. Er wurde nach dem Mauerfall als namenloser Platz angelegt und später zu einem Park ausgebaut. Seinen Namen erhielt der Park nach dem Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel. Auf der linken Seite ist der Berliner Polizeiabschnitt 53 der Polizeidirektion 5 und das Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten. Es folgt der U-Bahnhof Kochstraße. Die Kochstraße ist eine Station der Berliner U-Bahnlinie U6 im Bezirk Kreuzberg. Er liegt unterhalb der streckenführenden Friedrichstraße an der Kreuzung mit der namensgebenden Kochstraße und der Rudi-Dutschke-Straße. Wir folgen der U-Bahnlinie 6 oberirdisch bis zum Kurt-Schumacher-Platz. Ins Blickfeld kommt nun gleich die Touristenattraktion Checkpoint Charlie. Der Checkpoint Charlie war einer der Berliner Grenzübergänge durch die Berliner Mauer zwischen 1961 und 1990. Er verband in der Friedrichstraße zwischen Zimmerstraße und Kochstraße den sowjetischen mit dem amerikanischen Sektor und damit den Ostberliner Bezirk Mitte mit dem Westberliner Bezirk Kreuzberg. Vor über 60 Jahren kam es am amerikanischen Grenzübergang Checkpoint Charlie zur ersten Konfrontation amerikanischer und sowjetischer Panzer. Sie standen sich nahezu 16 Stunden gegenüber, ohne dass ein Schuss fiel. Berlin und die Welt hielten den Atem an. Wenn da einer die Nerven verloren hätte, dann hätte es den Dritten Weltkrieg auslösen können. Der Checkpoint war auch Schauplatz spektakulärer Fluchten aus dem damaligen Ostberlin. In unmittelbarer Nähe wurde der DDR-Flüchtling Peter Fechter ermordet, er wurde von mehreren Schüssen eines Ostberliner Grenzers getroffen und verblutete am 17. August 1962 vor den Augen westlicher Beobachter. Am Checkpoint Charlie befindet sich auch das Museumhaus am Checkpoint Charlie. Es wurde am 14. Juni 1963 in unmittelbarer Nähe zur Berliner Mauer eröffnet. Es dokumentiert die Geschichte und Geschehnisse der Berliner Mauer, Fluchten und den weltweiten gewaltfreien Kampf für Menschenrechte. Wir überqueren den südlichen Bereich des U-Bahnhofes Stadtmitte, der von den U-Bahnlinien U2 und U6 befahren wird. Es folgen die Kreuzungen Leipziger Straße, Kronenstraße und die Mohrenstraße. Dazwischen befindet sich der nördliche Zugang der U-Bahn-Station Stadtmitte. In der Mohrenstraße befindet sich auch das Rausch-Schokoladenhaus. Ein elegantes Café mit großer Verkaufsfläche und einzigartigen Schokoladen und Pralinen. Die handgefertigen Schokoladenkreationen werden in der Rausch-Schokoladenmanufaktur in Berlin-Tempelhof hergestellt. Dieser Abschnitt der Friedrichstraße war Teil eines Straßenkampf der besonderen Art. Autofrei- und Fahrradstraße? Das war die große Frage. Mit dem Regierungswechsel und mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner kehrte wieder Vernunft ein und die Strecke ist eine Straße ohne ideologischen Grabenkampf. In dieser relativ ruhigen Straße können alle Verkehrsteilnehmer gut auskommen. Mal sehen wie lange der Frieden herrscht. Auf der linken Seite befindet sich das Russische Haus. Das Russische Haus ist die Kulturbotschaft Russlands. Auf der rechten Seite befindet sich das Kaufhaus Galerie Lafayette. Die Berliner Filiale öffnete 1996 und war zuletzt der älteste noch existierende internationale Standort der Kaufhauskette außerhalb Frankreichs. Nun ist die Schließung beschlossen, Ende 2024 soll das Luxuskaufhaus schließen. Die Zukunft des Hauses ist ungewiss, die Zentral- und Landesbibliothek könnte einziehen. Wir überqueren hier die Französische Straße. Hier befand sich der U-Bahnhof Französische Straße. Das war eine ehemalige Station der Berliner U-Bahnlinie U6. Er befindet sich unterhalb der Kreuzung Friedrichstraße Französische Straße und wurde am 30. Januar 1923 eröffnet und am 4. Dezember 2020 mit Eröffnung des direkt danebenliegenden U-Bahnhofs unter den Linden stillgelegt. Unter den Linden führt nun die neu gebaute U-Bahnlinie 5. Sie ist eine Verlängerung der Linie 5 vom Alexanderplatz bis zum Berliner Hauptbahnhof. Der neue Kreuzungsbahnhof unter den Linden machte den Bahnhof Französische Straße überflüssig. Der folgende Abschnitt der Friedrichstraße erstreckt sich von der Kreuzung Berndstraße unter den Linden bis zur Weidendamer Brücke. Direkt am Anfang der Friedrichstraße, nahe dem The Western Grand Berlin, befindet sich der berühmte Boulevard unter den Linden, der von zahlreichen historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten gesäumt ist. Der Bereich rund um das Hotel zeichnet sich durch eine elegante Atmosphäre aus, mit Geschäften, Restaurants und kulturellen Einrichtungen. Beim Fortschreiten Richtung Norden entlang der Friedrichstraße begegnet man einer Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, darunter renommierte internationale Marken und Berliner Boutiquen. Unter anderem das Kulturkaufhaus Dussmann. Die Friedrichstraße ist ebenso als Kulturmeile bekannt, da sie mehrere Theater und Galerien beherbergt. Der Bereich rund um den S-Bahn und U-Bahnhof Friedrichstraße und den Tränenpalast ist besonders interessant und historisch bedeutsam. Das Admiralspalasttheater ist ein herausragender Ort für Konzerte, Musicals und andere kulturelle Veranstaltungen. Der S-Bahn und U-Bahnhof Friedrichstraße ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Berlin. Hier treffen sich verschiedene S-Bahn- und U-Bahnlinien und bieten eine bequeme Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt. Der Bahnhof ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein geschäftiger Ort mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants. Der Tränenpalast, der sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße befindet, hat eine bewegte Geschichte. Ursprünglich diente der Gebäudekomplex als Grenzübergangsstelle zwischen Ost- und West-Berlin während der deutschen Teilung. Der Name Tränenpalast entstand aufgrund der emotionalen Abschiede von Familien und Freunden, die sich hier trennen mussten. Heute ist der Tränenpalast ein Museum, das an die Geschichte der deutschen Teilung erinnert und einen Einblick in das Leben in dieser turbulenten Zeit bietet. Zeitweise war er auch eine gefragte Location der Technoszene. In Richtung Norden gelangt man schließlich zur Weidendamer Brücke, die die Friedrichstraße über die Spree führt. Die Brücke bietet einen malerischen Blick auf den Fluss und die umliegende Stadtlandschaft. Die Weidendamer Brücke überquert die Spree und verbindet die östliche und westliche Seite der Stadt. Von der Brücke aus hat man einen Blick auf die Ufer der Spree und die umliegenden Gebäude, unter anderen zur Museumsinsel und Bodemuseum. Die Brücke selbst ist architektonisch interessant. Die Friedrichstraße erstreckt sich weiter nördlich von der Weidendamer Brücke bis zur Torstraße. Auf diesem Abschnitt begegnet man bedeutenden kulturellen Einrichtungen und historischen Orten. Das Berliner Ensemble, ein renommiertes Theater mit deutscher Theatergeschichte, befindet sich links von der Friedrichstraße. Das Ensemble wurde 1949 von Berthold Brecht und seiner Frau Helene Weigel gegründet. Der Friedrichstadtpalast, rechts, ist ein weiteres markantes Gebäude auf diesem Abschnitt der Straße. Dieses Theater ist nicht nur für seine beeindruckende Architektur bekannt, sondern auch für seine spektakulären Shows und Veranstaltungen. Der Friedrichstadtpalast ist eine der wichtigsten Bühnen für Varieté und Entertainment in der Stadt und beherbergt auch den Quatsch-Comedy-Club. Weiter geht es zum Oranienburger Tor, das sich auch auf diesem Abschnitt der Friedrichstraße befindet. Hier gibt es historische Sehenswürdigkeiten wie die Neue Synagoge. Die Neue Synagoge ist ein beeindruckendes Beispiel für maurische Architektur und ein wichtiges Denkmal für die jüdische Geschichte. Schräg gegenüber befand sich auch das sogenannte Kulturzentrum Tacheles. Die Torstraße, die oberhalb des Oranienburger Tors beginnt, ist eine beliebte Straße in Berlin-Mitte. Hier findet man trendige Bars, Restaurants, Galerien und Boutiquen. Die Architektur entlang dieses Abschnitts der Friedrichstraße variiert von historischen Gebäuden bis zu modernen Strukturen. Es sieht immer etwas eng und knapp aus mit dem Fahrrad und man hat den Eindruck und die Frage reicht der Platz. Reicht. Wie man hier sieht, mehr ist und war auch nicht geplant. Hier endet auch die Friedrichstraße. Kreuzung Torstraße rechts, Hannoverische Straße links, geradeaus beginnt die Chossé-Straße. Hier, nach der Straßenbahnhaltestelle, kommt jetzt meine persönliche Lieblingsstelle der Chossé-Straße. Parkende Autos, Straßenbahnschienen, jetzt ein LKW dazu, etwas Gegenverkehr und auch kein so richtig sichtbarer Mittelstreifen. Dann wird es richtig schön. Jetzt ist es hier gerade ruhig. Ich werde nie vergessen, wie ich hier von einer Polizistin vom Bürgersteig verscheucht wurde und einen oder zwei Tage später eine Meldung kam, dass genau hier ein Fahrradfahrer ums Leben kam. Damit haben wir einen fließenden Übergang zum nächsten Thema. Links befindet sich ein Friedhof. Verschiedene Kirchhöfe und Kirchengemeinden unter anderem der dorothenstädtische Friedhof. Soweit, so tot. Hier befindet sich eine Grabstätte der Teilnehmer des deutschen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Ein hochaufragendes Kreuz aus Waldstahlprofilen und ein Steinquader erinnern an Widerstandskämpfer, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Der Stein trägt die Namen von Klaus Bohnhöfer, Hans John, Richard Künzer, Karl Adolf Max, Wilhelm Zurnieden, Friedrich Justus Perels, Rüdiger Schleicher und Hans Ludwig Sirks. Sie waren am missglückten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt. Erinnert wird darüber hinaus an Dietrich Bohnhöfer und Hans von Donanui, die in den Konzentrationslagern Flossenbürg bzw. Sachsenhausen ermordet wurden, sowie an Justus Delbrück, der das Kriegsende erlebte, aber wenig später in russischer Haft starb. Sehr interessant ist, wer hier alles noch so rumliegt. Es ist ein prominenten Friedhof. Bekannte Persönlichkeiten wie die Philosophen Hegel und Fichte, die Künstler und Architekten Schinkel, Schado und Rauch, gefolgt von Literaten und Schauspielern wie Berthold Brecht, Helene Weigel, Heinrich Mann, Anna Seekers, Christa Wolf, Johannes R. Becher, Hans Eisler, Bärbel Bohli, Heiner Müller, Rudolf Barro, Herbert Marcuse, Wolfgang Hilbig, ein ehemaliger regierender Bürgermeister, Dietrich Storbe, der Altbundespräsident Johannes Rau, Egon Bahr, Stefan Hermlin, Rudolf Barro, Lothar Biske, Günther Gauss, Hans Modro. Ferner liegen hier Erwin Geschoneck, John Hartfield, Stefan Hermlin, Gisela May, Bernhard Minetti, Hans-Peter Minetti, Otto Sander, Horst Schettle, Walter Schmiedinger, George Dabori, Hilmar Tate. Sogar der Teufel, Fritz Teufel, Westberliner Kommunade und Apoaktivist, hat hier seine Ruhestätte gefunden. Ferner ruhen hier viele Persönlichkeiten, die vielen wahrscheinlich völlig unbekannt sind, sich aber in den Berliner Straßennamen wiederfinden und dadurch bekannt sind. Mittlerweile haben wir die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes, BND, erreicht. Bis 2019 war der Sitz des BND, in Pullach bei München. Zuvor war auf dieser Fläche das Stadion der Weltjugend. Das 1950 als Walter Ulbricht Stadion eröffnete Stadion war mit einer Zuschauerkapazität von 50.000 eines der größten Leichtathletik- und Fußballstadien der DDR. Es wurde 1992 im Zuge der Bewerbung Berlins für die Olympischen Sommerspiele 2000 abgerissen. Von Oktober 2006 bis Februar 2018 wurde auf dem Areal im Bezirk Mitte die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes errichtet. Wir befinden uns nun im Bereich der U-Bahn-Station Schwarzkopfstraße. Auf der Liste der prominenten Verstorbenen auf dem dorothenstädtischen Friedhof taucht auch der Name Schwarzkopf auf. Die Schwarzkopfstraße und die gleichnamige U-Bahn-Station wurde nach dem Unternehmer Louis Schwarzkopf benannt, der in der benachbarten Chausseestraße die Berliner Maschinenbau AG betrieb. Anders als die Namensgeber der benachbarten Pflugstraße und Wüllerdstraße, ebenfalls schwer industrielle, lebte Schwarzkopf zum Zeitpunkt der Benennung noch. Wir bewegen uns nun weiter Richtung Wedding und fahren auf dem ehemaligen Grenzübergang Chausseestraße zu. An der Chaussee-Ecke Liesenstraße lag eine Grenzübergangstelle der DDR zur Einreise für Westberliner nach Ostberlin. Am 8. April 1989 allerdings kam es zu einem Fluchtversuch. Zwei junge Männer übersprangen den Schlagbaum am Grenzübergang und wurden durch Warnschüsse gestoppt. Die letzten Warnschüsse Wir sind das Volk gingen an das DDR-Regime was mit dem Fall der Mauer endete. Rechts hatten wir einen kleinen Park passiert in dem die Südpanke fließt, einen Abzweig der Panke, die im weiteren Verlauf der Straße überquer wird. Auf der linken Seite befindet sich das Erika-Hess-Eistadion. Namensgeberin ist die ehemaligen Weddinger Bezirksbürgermeisterin Erika Hess. Es folgen Bürogebäude und Produktionsstätten der Bayer AG. Den meisten Berliner ist der Name Schering vertraut. Schering war bis zu der Übernahme durch Bayer im Jahr 2006 ein selbstständiges, börsennotiertes Pharmaunternehmen mit mehr als 25.000 Mitarbeitern in 160 Tochtergesellschaften weltweit und mit ca. 5,3 Milliarden Euro Umsatz, 2005. Der Hauptsitz befand sich in Berlin-Wedding. Gegenüber befindet sich der Weddingplatz mit der syrisch-orthodoxe Kirche Moisozuel und die Zugänge der U-Bahn U6 Reinickendorfer Straße. Ab dem Bürogebäuden der Bayer AG beginnt auch die Müllerstraße. Müllerstraße? Fragezeichen, wer musste dafür sterben? Nun ja, ganz früher waren dort viele Getreidemühlen angesiedelt. Die Straße war um 1800 der größte Mühlenstandort Berlins. Der Beruf des Müllers ist Namensgeber der Straße und nicht irgendeiner Persönlichkeit. Die Straße hat also viel mit Arbeit und fleißigen Menschen zu tun. Im weiteren Straßenverlauf befindet sich auf der linken Seite die Berliner Parteizentrale der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, SPD. Diese Partei hatte früher auch etwas mit Arbeit und Arbeitern zu tun. Der Kabarettist Dieter Nuhr bringt es auf den Punkt, die SPD war eine Arbeiterpartei, jetzt ist sie die Partei für diejenigen, die nicht arbeiten. Und das sind weniger. Noch. Und wie das Schicksal es so will, befindet sich in dem Eckhaus, in dem die SPD ihr Lager hat, auch ein Theater. Also ganz viel Theater mit dieser Partei. Und als ob das nicht reicht, ist quasi Visa wie das Arbeitsamt Berlin Mitte. Jetzt Jobcenter genannt. Wenn im Fernsehen ein Berliner Jobcenter gezeigt wird, dann ist es immer dieses Gebäude. Wir unterfahren die Brücke der Gleisanlagen der Deutschen Bahn und der S-Bahn, die auch den S-Bahn- und U-Bahn-Stationen beheimaten. Es folgt auf der rechten Seite das besagte Jobcenter und der Max-Josef-Metzger-Platz. Die Berliner SPD-Zentrale, links, lassen wir links liegen. Erwähnenswert ist allerdings die St. Josef-Kirche, eine römisch-katholische Pfarrkirche auf der linken Straßenseite, eingebettet in die Häuserflucht. Seit dem 21. April 1994 trägt der Platz, rechts, seinen Namen im Gedenken an Pfarrer Max-Josef-Metzger. Neben dem Gedenkstein für Metzger, gibt es noch eine Trümmerstähle. Die 12 Meter hohe Trümmer-Säule, die mit 40.000 Mosaiksteinen aus Trümmerschutt die damalige Vorstellung von Sklaverei, Zerstörung, Aufbau bzw. Wiederaufbau Berlins und Demokratie widerspiegeln soll, ist jeweils auf einer Seite der Stähle dargestellt. Sie erinnert ebenfalls an den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953, als Arbeiter aus Hennigsdorf durch die Weddinger-Müller-Straße in Richtung Ost-Berlin gezogen waren. Die Stähle entstand aus abgeklopften Ziegelsteinen in den Farben weiß, gelb, rot und russiges Schwarz von kriegszerstörten abgerissenen Häusern der näheren Umgebung. Den Namen Trümmerstähle erhielt sie bei ihrer amtlichen Einweihung durch den damaligen Weddinger Bürgermeister Walter Rüber. Der Name bezieht sich sowohl auf das Baumaterial als auch auf den Anlass, denn bei der Einweihung wurden ausdrücklich die Aufbauleistungen der Trümmerfrauen hervorgehoben. Ups! Stichwort Trümmer. Auf der rechten Seite befindet sich Karstadt-Müller-Straße. Jetzt Galeria Kaufhof. Ich würde sagen, das läuft da nicht mehr und liegt auch irgendwie in Trümmern. Hat auch viel mit veränderten Kaufverhalten zu tun. Und ja, auch ich bestelle gern bei Amazon. Das ist halt leider so. Es folgt das nächste Sorgenkind. Der Leopoldplatz. Der Leopoldplatz gilt noch nicht als kriminalitätsbelasteter Ort, doch es gibt seit Jahren eine ausgeprägte Szene von Drogensüchtigen und Drogendealern und Obdachlose. Also kein Platz mehr mit Wohlfühlqualität. Für keinen. Also schnell weiter. Und weiter geht die wilde Fahrt. Links sehen wir ein weiteres Jobcenter. Laut Google, Jobcenter Berlin Mitte, Dienstgebäude Leopoldplatz. Der Platz davor nennt sich allerdings Elise- und Otto-Hampelplatz. Das ist nicht ganz schlüssig. Früher war in diesem Gebäude das Bezirksamt Wedding untergebracht. Das Backsteinhaus war das alte Bezirksamt und wird vom Bezirk noch genutzt. Die Bezirke Mitte, Wedding und Tiergarten fusionierten zum Bezirk Mitte von Berlin und machten das bestehende Gebäude überflüssig. Der Platz und eine Gedenkstelle erinnern an das Schicksal des Ehepaars Hampel. Das Schicksal der beiden wurde 1947 zum Vorbild für Hans Falladers Roman. Jeder stirbt für sich allein. Zwischen September 1940 und September 1942 verfassten sie Postkarten und etwa 200 Handzettel, in denen sie zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus und zur Behinderung der Kriegsplanungen aufriefen und die sie in Treppenhäusern überwiegend im Umfeld ihrer Wohnung in Wedding niederlegten. Nach Ermittlungen, die zwei Jahre dauerten, bis die Urheber aufgrund des Hinweises einer Denunziantin gefasst wurden. Nachdem sie verraten worden waren, wurden die Hampels am 20. Oktober 1942 verhaftet. Am 22. Januar 1943 wurden sie vom 2. Senat des Volksgerichtshofes wegen Zersetzung der Wehrkraft und Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt und am 8. April 1943 in Plötzensee ermordet. Wir befinden uns mittlerweile in der Höhe Seestraße beziehungsweise U-Bahnhof Seestraße. Der Wedding wurde zu Zeiten der Industrialisierung als Arbeiterbezirk bekannt und wurde auch Roter Wedding genannt. Mir fällt dazu immer das Lied von Ernst Busch Roter Wedding ein. Wir hören mal kurz rein. Roter Wedding, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit. Haltet die roten Reihen beschlossen, dann ist der Tag nicht mehr weit. In einer weiteren Strophe des Liedes Ein Lumpf, wer kapituliert Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Schornstein hinaus. Wie Karl Marx es und Lenin gelehrt. Und schlug auch der Feind unsere besten tot, der Wedding kommt wieder, Berlin bleibt rot, damit Deutschland den Deutschen gehört. Eine klare Sprache, klare Aussagen. Die Musik wurde von Hans Eisler komponiert. Den hatten wir schon in Verbindung mit dem Dorotheen städtische Friedhof erwähnt. Mittlerweile haben wir die Seestraße und den Unnenfriedhof-Seestraße passiert und kommen nun am BVG-U-Bahn-Hauptwerkstatt-Seestraße vorbei. Das Eingangstor neben dem kleinen weißen Gebäude mit den gelben Flaggen der BVG wirkt sehr unscheinbar. Es führt direkt auf das Gelände der U-Bahn-Haupt- und Betriebswerkstatt. Die U-Bahnwagen, die zur Instandsetzung und Wartung vorgesehen sind, gelangen über eine unterirdische Gleisanlage auf das Werkstattareal. Ich muss gestehen, erst durch diese Recherche habe ich diese Anlage erst so wahrgenommen. Und die Betriebswerkstatt ist nicht wirklich klein. Im weiteren Verlauf kommt noch der BVG-Omnibus-Betriebshof, der etwas auffälliger daherkommt und allgemein bekannter ist. Die Alliierten teilten Berlin in vier Sektoren ein. Frankreich kontrollierte den nordwestlichen, England den westlichen und die USA den südwestlichen Teil der Stadt. Der gesamte Ostteil Berlins verblieb unter der Kontrolle der Sowjetunion. Wir befinden uns im französischen Sektor. Zur linken Seite befindet sich ein großer Park, der Volkspark Rehberge, dem unmittelbar sich der Goethe-Park anschließt, sowie das Strandbad Plötzensee. Der Name Plötzensee wurde schon vorher in Laufe der Fahrt erwähnt. Durch den Spandauer Schifffahrtskanal getrennt befindet sich dort die Gedenkstätte Plötzensee. Zwischen 1934 und 1945 verurteilt der Volksgerichtshof mehr als 5600 Menschen vor allem aus Deutschland, Österreich und aus dem besetzten tschechischen Gebiet wegen politischer Straftaten zum Tode. Von ihnen werden mehr als 1500 im Strafgefängnis Berlin Plötzensee ermordet. Insgesamt wurden zwischen 1933 und 1945 im Gefängnis Plötzensee 2891 Todesurteile vollstreckt, unter anderem an Mitgliedern der Roten Kapelle, der Herbert-Baum-Gruppe, Teilnehmern des gescheiterten Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 und an Mitgliedern des Kreisauer-Kreises. Auf der rechten Seite befindet sich ein weiterer großer Park. Der Schillerpark mit dem sogenannten englischen Viertel. Benannt ist das Viertel nach den Straßennamen, die wiederum nach britischen und irischen Städten benannt sind, wie beispielsweise die Londoner Straße, die Edinburgher Straße, die Dubliner Straße oder die Bristolstraße. Das Viertel wird durch den Schillerpark in seiner Mitte geprägt. Das englische Viertel ist fast ausschließlich eine Wohngegend, in der sich mehrere Großsiedlungen befinden, wie beispielsweise die Siedlung Schillerpark. Zu den wenigen Geschäftsbauten gehören der Betriebshof Müllerstraße, die Hauptwerkstatt Seestraße der Berliner Verkehrsbetriebe und das Paul-Gerhard-Stift, eine Stiftung zur Pflege von Kindern, Kranken und Alten. Hier fahren wir gerade evangelischen Domfriedhof Müllerstraße vorbei. Linksgegenüber erstreckt sich das sogenannte afrikanische Viertel. Auch hier lauten die Straßennamen entsprechend Afrikanische Straße, Ghana-Straße, Guinea-Straße, Kameruner Straße, Kongo-Straße, Mohasi-Straße, Sansibar-Straße, Senegal-Straße, Togo-Straße, Uganda-Straße um einige zu nennen. Kontroversen gab es um einige Namensgebungen im Viertel. Insbesondere die nach Akteuren des Kolonialismus benannten Straßen, wie die Lüderitzstraße, Petersallee und der Nachtigallplatz. Diese sind und waren immer wieder Ziel von Initiativen zur Umbenennung. Hinter dieser Backsteinfassade rechts verbirgt sich ein relativ großer Omnibusbetriebshof der Berliner Verkehrsbetriebe, BVG. Der Betriebshof wurde 1927 eröffnet und er war bei seiner Inbetriebnahme der zweitgrößte Straßenbahnhof Berlins. Er diente bis 1958 der Straßenbahn und wird seit 1960 als Omnibushof genutzt. Die Anlage umfasst neben dem eigentlichen Hof einen ihn umgebenden Wohnblock mit etwa 300 Wohnungen. Das Personal sollte in Zeiten von Wohnungsnot und Klassenkampf an die Firma gebunden werden. So entwarf man nicht nur den eigentlichen Betriebshof mit seiner riesigen Wagenhalle, sondern bebaute auch den Blockrand mit Wohnhäusern für die Arbeiter und Angestellten. An den Seiten zur Einfahrt wurden zwei 32 Meter hohe Torgebäude errichtet, hier kam die Verwaltung unter. Die Gesamtanlage steht unter Denkmalschutz. Wir befinden uns jetzt in der Höhe U-Bahnhof Afrikanische Straße, die vorne links in die Müllerstraße mündet. Berlin verfügt über sehr viele Grünflächen und Parks und sehr große Parkanlagen. Auch gibt es ebenso viele Kleingartenanlagen und Friedhöfe. Links der Straße, die jetzt zur Scharnweberstraße wird, gibt es eine weit ausgestreckte Kleingartenanlage, die sich bis zum Volkspark Jungfernheide erstreckt. Davor ist noch der Volkspark Rehberge und im Anschluss die Julius-Lieber-Kaserne. Rechts der Scharnweberstraße befinden sich diverse Friedhöfe. Das wären hier, Kirchhof Dorothenstadt, Dankeskirchhof, Dankes- und Nazareth-Friedhof, Friedhof St. Hedwig, Katholische Friedhof St. Sebastian, Städtischer Friedhof Reinickendorf und eine Grabstelle polnischer Zwangsarbeiter. Wir nähern uns jetzt unseren Ziel. Der Kurt-Schumacher-Platz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im nördlichen Berliner Ortsteil Reinickendorf im gleichnamigen Bezirk. Benannt wurde er am 4. August 1955 nach dem Sozialdemokraten Kurt Schumacher. Und nebenbei erwähnt. Die Berliner SPD-Zentrale in der Müllerstraße hat auch den Namen Kurt-Schumacher-Haus. Am Platz kreuzen sich die Scharnweberstraße in Richtung Tegel und in Richtung Wedding sowie der Kurt-Schumacher-Damm in Richtung Süden, der zum Flughafen und auf die Autobahn führt. Über die Ollenhau-Straße geht es in die nördlichen Ortsteile Hermsdorf, Frohnau und Wittenau. Am Kurt-Schumacher-Platz befindet sich außerdem der gleichnamige Bahnhof der Linie U6. Kurt-Schumacher-Platz, das war ein ganz besonderer Platz, denn hier befand sich die Einflugschneiße des damaligen Berliner Flughafen Berlin-Tegel. Zu Zeiten des Betriebes des benachbarten Flughafens passierten Flugzeuge beim Start- oder im Landeanflug den Platz in relativ geringer Höhe. Wer den Maschinen noch näher sein wollte, konnte auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums die Flugzeuge hautnah verfolgen, die dann direkt über die Köpfe flogen. Untertitelung des ZDF, 2020